Musik Wir heißen Sie herzlich willkommen in dem idyllischen Oberharzer Leerbachtal. Nehmen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag und verbringen Sie Ihren Urlaub in einer unserer frisch renovierten Ferienwohnungen mit absoluter Wohlfühl-Atmosphäre. Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie den Abend im Wohnzimmer mit Couch, Flachbildfernseher und schicker Wohnwand gemütlich ausklingen lassen. Musik Und, findest du es gemütlich hier? Ja, absolut, es ist super geworden hier. Finde ich auch. Weil die Lärmchen und die Dichter sind super. Ja, und auch passend alles schön zum Boden, der Holzboden hier. Musik Eine erholsame Nacht erleben Sie zu guter Letzt in den wunderschönen Betten unserer Schlafzimmer. Musik Die großzügige Küche ist mit allem ausgestattet, was das Hobbykochherz höher schlagen lässt. Hier können Sie Ihren Kochkünsten freien Lauf lassen. Musik Alle Ferienwohnungen besitzen außerdem ein Bad mit WC und Dusche. Musik Der Harz hat mit seinen Traumstrecken gerade für Motorradfahrer viel zu bieten. Neben unzähligen grandiosen Kurven warten auch eine Menge Ausflugsziele und Treffpunkte wie das Torfhaus. Von hier aus erhascht man einen direkten Blick auf den Brocken, welcher besonders zum Sonnenuntergang ein romantisches Bild abliefert. Musik Zum Gipfel des Brocken selbst führt keine öffentliche Straße. Er kann jedoch durch eine Wanderung oder in Verbindung mit einem nostalgischen Erlebnis mit der historischen Brockenbahn erreicht werden. Musik Zudem sei ein Ausflug zu den verschiedenen Harzer Seen und Gewässern, wie die sehenswerte Bode und die dazugehörige Bodetalsperre empfohlen. Musik Etwas ganz Besonderes stellt die Ruhmequelle mit ihrem kristallklaren Wasser dar. Obwohl hier bis zu 5.500 Liter Wasser pro Sekunde ausgestoßen werden, ist kaum eine Bewegung in dem türkisen Quellsee zu sehen. Musik Wir würden uns freuen, Sie bei uns im Harz begrüßen zu dürfen. Musik 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 Musik